60 Jahre Sportgymnasium Erfurt. Mit einem Sommerpicknick für Schüler, Lehrer, Trainer und Eltern feierte das Pierre de Coubertin-Gymnasium sein Jubiläum. Rund 440 Nachwuchsleistungsträger, u.a. in Eisschnelle auf Leichtathletik und Schwimmen, werden hier gefördert, unterrichtet und trainiert. Die Schule brachte seit 1956 Profisportler hervor, die auch internationale Erfolge feierten. Z.B. die Olympiasiegerinnen Christina Vogel oder Sabine Völker.